Handeln bezeichnet jede menschliche, von Motiven geleitete, zielgerichtete Tätigkeit, sei es ein Tun oder ein Unterlassen. Es ist also deutlich vom Agieren zu unterscheiden, das allenfalls unbewusst motiviert ist und oder ohne Zielvorgabe abläuft. Allerdings wird diese Abgrenzung bisweilen durch Begriffe wie Affekthandlung verwischt, Philosophie. Die Scholastik als Hauptströmung der mittelalterlichen Philosophie nannte das, was einer Handlung, Gegenstand und das, worum willen, die Absicht. Eine Handlung. Zum Beispiel lügt jemand um sich a einen Vorteil zu verschaffen oder b einen Juden vor der Gestapo versteckt zu halten. Die Motive geben das, worum willen, der Handlung oder die Ziele, Zwecke an und was in einer Handlung getan wird, erweist sich als Mittel, sie zu erreichen. Die Struktur einer Handlung. Handlungsmittel und Handlungszweck sind die beiden Elemente, aus denen eine Handlung besteht. Handlungen sind nur verstehbar, wenn sie unter dem Gesichtspunkt betrachtet werden, ob sie Mittel darstellen. Das gewünschte Ziel zu erreichen. Soll das Handlungsmittel tatsächlich dem Handlungsziel dienen, dann muss man ihre Zweckmittel-Rationalität prüfen. Eine Handlung besteht also strukturell aus drei Wirklichkeiten. Aus zwei Elementen und einer Relation. Handlung oder Handlungsverbund Oft bestehen Handlungen aus mehreren Einzelvollzügen. Die Handlung, Frühstücken, besagt, dass man sich etwas zum Trinken macht und Obst oder Brot isst. Mehrere Einzelvollzüge und Handlungsverbünde kann man als eine Handlung ansprechen. Dabei entsteht die Frage, wie sich ein Handlungsverbund von wirklich unterschiedlichen Handlungen unterscheiden lässt. Unterschiedliche Handlungen lassen sich von einer Anzahl von Einzelvollzügen einer Handlung oder von einem Handlungsverbund dadurch unterscheiden, dass unterschiedliche Handlungen auch unterschiedliche oder die gleichen Zwecke haben, und dass ein einziger Handlungsverbund oder eine Handlung aus mehreren Einzelvollzügen jedoch denselben Zweck für alle seine Handlungen hat. Das Kriterium für die Einheit einer Handlung ist also, ob Einzelvollzüge oder Handlungsverbünde ein und dasselbe Ziel haben. Der Systembegriff besagt, dass etwas Einzelnes nur zureichend verstanden werden kann, wenn mitbedacht wird, wovon das Einzelne mit abhängt und mit bedingt wird. Dass ein Einzelnes ohne anderes nichts sein kann, macht aus einem Einzelnen ein Element in einem System. Eine Gesamtheit von Elementen, die so aufeinanderbezogen sind und in einer Weise wechselwirken, dass sie als eine Aufgaben, Sinn- oder zweckgebundene Einheit angesehen werden können und sich in dieser Hinsicht gegenüber der sie umgebenden Umwelt abgrenzen. Systeme Organisieren und erhalten sich durch Strukturen Struktur bezeichnet das Muster der Systemelemente und ihrer Beziehungsgeflechte, durch die ein System entsteht, funktioniert und sich erhält. Jedes System besteht aus Elementen, die zueinander in Beziehung stehen. Die Analyse und Beschreibung von Handlung in ihrem Systemzusammenhang führt zu einer Handlungstheorie. Ethik Ethik als philosophisches Fach bedenkt alles Handeln nach einer letzten Zweck-Mittel-Relation, insofern die Ethik darauf abzielt, eine umfassende Handlungsorientierung zu leisten. So fragt die Ethik Z. B. Ob und unter welchen Bedingungen Kriege vernünftig sind und welche Arten von Kriegsführung moralisch unerlaubt sind. Dabei reflektiert sie drei Handlungsstrukturelemente. Den Tatbestand einer Handlung. Die Handlungsfolgen. Ob oder unter welchen Bedingungen die schlechten Folgen einer Handlung in Kauf zu nehmen sind. Damit ein guter Handlungszweck überhaupt erfüllt werden kann und das höchste Gut von Handlungen, das allererst mögliche gute Handlungszwecke normiert, da jede umfassende Güterabwägung erfordert. Dass es ein Gut geben muss. Dass anderen Gütern als Maßstab der Abwägung gelten kann, weil anders Güterabwägungen nicht allgemein einsichtig dargestellt werden können, sondern beliebig oder different sind. Somit ist außer der Güterabwägungstheorie die Begründung des höchsten Gutes eine wesentliche Aufgabe der Ethik. Für die menschliche Person bedeutet das ethisch höchste Gut zugleich auch das Lebensziel, das allem Sinn gibt. Es beantwortet die identitätsstiftende Frage nach dem Lebenssinn. In der Ethik werden z. b. folgende Bestimmungen des höchsten Gutes diskutiert. Die Lebensentfaltung aller auf die Dauer und im Ganzen. Punkt. Beispiel. Fragt man historisch nach der Zweckmittel-Rationalität des Satzes Deutschland führte bis Mai 1945 Krieg in Europa. So sind die Historiker sich einig, dass die Kriegserklärung gegen die Sowjetunion nicht in einer rationalen Relation stand zum Handlungsziel. Durch die kriegerischen Handlungen ab 1939 die politische Vorherrschaft in Europa zu gewinnen. Denn der Zwei-Fronten-Krieg überforderte die deutschen Kräfte. Nehmen wir an, Deutschland hätte den Luftkrieg gegen England gar nicht begonnen. Sondern hätte das eroberte West- und Osteuropa politisch konsolidiert, wäre der Polen- und Frankreich-Feldzug dann zweckrational gewesen. Rein historisch betrachtet wohl schon. Die Frage ist aber, wäre das aber auch politisch gut gewesen, gut im moralischen Sinn, denn die Politik muss moralisch fragen. Weil sie sich nur allgemein begründen lässt, will sie keine Diktatur sein, und Diktaturen sind politisch instabil. Rechtswissenschaft. Von diesem Verständnis analysiert das Strafrecht in der Rechtswissenschaft die Rechtshandlung als prinzipiell willentlich und die Tathandlung als schuldhaft. Ohne eine gewisse Freiheit des Willens gäbe es keine Schuld, also auch keine gesetzliche Strafe. Soziologie, namentlich ist Handeln und zwar als soziales Handeln, zu einem wichtigen Grundbegriff der Soziologie geworden. Soziale Positionen in der Gesellschaft und ein von ihnen gestütztes Selbstbewusstsein kann sich der Einzelne mithilfe sinnhaften Handelns und Gestaltens im Rahmen von Arbeit sowie von weiteren Handlungsformen erobern und bewahren. Zum Beispiel lassen sich die häufigen Handlungsschwächen von Langzeitarbeitslosen auch als Entzug der Zugänge zu sozialen Positionen krafteigenen Handelnserklären, die ihnen soziale Anerkennung und Identität vermitteln könnten. Psychologie. Über viele Jahre wurde Handeln in der Psychologie nur am Rande diskutiert. Handeln ist motiviert und daher zielgerichtet. Handeln strebt die Befriedigung eines Bedürfnisses oder die Vermeidung eines Schadens an. Mit der Einbeziehung der Motivation thematisiert die Handlungstheorie die größer als größer als inneren, kleiner als kleiner als Prozesse, die zwischen der Wahrnehmung der Umgebung, der aktuellen Motivlage und dem Tun vermitteln. Dietrich Dörner erstellte ein Modell, welches Handeln in verschiedene Stationen unterteilte. Dabei ist es nicht wichtig, dass diese Stufen linear abgearbeitet werden. Absichtsauswahl. Ziele Laboration. Informationssammlung und Hypothesenbildung. Prognose. Plan. Entscheidung und kontrolliertes Tun. Handeln gehört auch zum Kerngebiet der Motivationspsychologie. Zielbasierte, Motivationspsychologische Theorien gehen davon aus, dass Menschen sich Ziele setzen, nach denen sie ihr Handeln ausrichten. Ob ein Ziel gesetzt wird, hängt davon ab, inwieweit es als wünschbar und durchführbar erlebt wird bzw. mit einer Strategie oder einem Lebensplan vereinbar ist. Andererseits lässt sich Handeln auf motivationale Sachverhalte zurückführen. Auch in der Neuropsychologie werden das Handeln und die Handlungssteuerung heute zunehmend untersucht. Dabei spielen dort vor allem das Konzept der exekutiven Funktionen und der Selbstregulation sowie das Aufdecken der neurobiologischen Korrelate. Dieser Funktionen eine sehr wichtige Rolle. Handeln ist im Sinne der neueren Psychologie bzw. Pädagogik vor allem ein Instrument der Sozialisation. Als Interaktion gewinnt der Sachverhalt seine sozialisatorische Bedeutung. Indem der Mensch in sozialen Gefügen handelt, erwirbt er Wissen. Lernt er, sich in ähnlichen Situationen zu verhalten. Gewinnt er gestalterische Kompetenzen, die ihm Einfluss auf seine soziale und materielle Umwelt ermöglichen. Eine Existenzsicherung stellt das Handeln als Interaktion zwischen Kind und Bezugspersonen in der frühen Kindheit dar. Kinder ohne diese oder ausreichende Interaktionsmöglichkeiten haben bedeutende Persönlichkeitsstörungen. Die von langer Dauer sind und nicht immer therapiert werden können. Menschen ohne sozial relevante Handlungsmöglichkeiten geraten in große psychische Bedrängnis. Erachten sich als wertlos und fühlen sich an den Rand ihrer Existenz gedrängt. Handlungsstäuschung beschreibt in der Psychologie eine intentional irreführende Handlung anderer Personen. Aus der Wahrnehmung dieser Täuschung resultiert eine Reaktion auf die erwartete Handlung. Die jedoch nur angetäuscht wird und nicht der Intention des Täuschenden entspricht. Durch höhere motorische Handlungserfahrung kann eine Verbesserung im Erkennen von Täuschungen erzielt werden. Beispielsweise können regelmäßige Basketballspieler besser angeltäuschte Aktionen des Gegenspielers wahrnehmen. Pädagogik In der Pädagogik geht es insbesondere um das Handeln des Erziehernden, das grundsätzlich daran orientiert sein sollte, das Kind den Jugendlichen zu fördern. Förderung ist ein Komplex unterschiedlicher und methodisch durchdachter Handlungen, die der Entwicklung des Kindes bzw. seiner möglichst effektiven Sozialisation dienen. In der Pädagogik gibt es verschiedene Systeme, die Handlungen beschreiben, die man als effektiv bzw. wenig effektiv im Sinne der Sozialisation des Kindes-Jugendlichen bezeichnen könnte. Die Diskussion über Erziehungsstile ist z. b. Eine Erörterung von Handlungsvarianten und deren Möglichkeiten der Realisierung. Ähnlich ist es mit der Darstellung von sinnvollen und weniger sinnvollen Maßnahmen der Erziehung in unterschiedlichen Situationen. Handlungen des Erziehenden werden meist in Beziehung gesetzt zu den Erziehungsinstitutionen, in denen sie realisiert werden. Erziehungshandeln in der Familie, in der Vorschulerziehung, in der Schule, in der Ausbildung USW. Im gänzlich anderen Zusammenhang wurde in den 1970er Jahren von dem Erziehungswissenschaftler Andreas Gruschka die Handlungsweise und ihre Reflexion in die Ausbildung eingebracht. Die Methode ist ein Verfahren innerhalb der Erzieherinnenausbildung in NRW, in dem das Erziehungshandeln von Praktikantinnen und Erzieherinnen reflektiert werden sollte. Das Verfahren wurde im Verlauf der letzten Jahrzehnte in den Berufskollegs des Landes NRW ausdifferenziert und systematisiert und spielt heute noch eine Rolle in der Ausbildung zur Erzieherin. Handlungstheorien Theorie des kommunikativen Handelns Telkitt Parsons Johannes Heinrichs Hannah Arendt Vita Activa oder vom tätigen Leben Siehe auch Anaklitische Depression Kommunikation Konfliktmanagement Kunst Muße Rubikon-Modell der Handlungsphasen Sprache Symbolischer Interaktionismus Hari-Halo-Interaktion bei Rhesusaffen unter bestimmten experimentellen Bedingungen René A. Spitzpsychologische Hintergründe des Interaktionismus in der frühen Kindheit Dasktoren tempted Shot Ich bin Euer Aus Wochen Müssen coupe 키 Fuhr